Das Gästeheim Prantl in Sölden ist ideal gelegen, nämlich ruhig und doch zentral. Der Ausblick auf die Ötztaler und Stubayer Alpen ist atemberaubend und ein Erlebnis für Winter- und Sommerurlauber. Das Haus liegt in unmittelbarer Nähe der Gigi Jochbahn, die Skibushaltestelle ist 100 Meter vom Haus entfernt, Parkplätze sind zur Genüge vorhanden. Doch eigentlich brauchen die Gäste dieses gemütlichen Familienbetriebes kein Auto. Bestens ausgestattete Zimmer und Apartments, ein köstliches Frühstück, das sie für den ganzen Tag stärkt und ein großzügiger Wellnessbereich. Was will man mehr? Gästeheim Prantl